Salzburg-Trainer Pierre Paget schont auch beim heutigen Spiel in Zagreb seine Stammspiele für den Continental Cup. Ohne Divis, Koch, Tratnik, Welser, Abid und Boa geht es nach Zagreb. Siebte Spielminute, die Bären kommen erstmals gefährlich vor's Tor. Alan Letang, das 1-0, der vierte Saisontreffer des 35-jährigen Canadiens. Gefährlich wird das erst wieder in der 20. Spielminute. Ryan Kineswitsch, der 20. Saisontreffer und insgesamt 40. Scorer-Punkt, versetzt die 6200 Fans im Domsportowa in Jubelstimmung. Das einzige Highlight im zweiten Spielabschnitt wird zum Salzburger Lowlight. Eine eineinhalb Minuten andauernde zweifache Überzahl kann nicht verwertet werden. Zählbar, es gibt es erst wieder im Schlussabschnitt und wieder schreiben die Bären als erstes an. 47. Spielminute, Alan Letang, sein zweites Tor in diesem Spiel. Die Salzburger Antwort lässt aber nur eine Minute auf sich warten. Getümmelt vor dem Tor, Duglin schaltet am schnellsten, verkürzt auf 3 zu 1. Die Bären haben aber definitiv den besseren Tag erwischt in der 52. Spielminute. Dieser schnell vorgetragene Angriff, die Salzburger Defensive nicht vorhanden. John Hesimovic mit dem Hammer, das 4 zu 1 für Zagreb. Wieder nur wenig später, die 58. Spielminute. Salzburg kann noch einmal verkürzen durch Sean Heschker das 4 zu 2 im Powerplay für die Salzburger. Müssen dann aber den Torwart vom Eis nehmen. Und in der 60. Minute kommt es, wie es kommen muss. Craig Day mit diesem Distanzschuss, mit seinem dritten Scorer-Punkt des Tages. Das 5 zu 2 ist auch gleichzeitig der Endstand. Die Salzburger reisen mit einer Niederlage im Gepäck zum Continental Cup nach Minsk. Es war heute ein hartes Spiel. Wir hatten ein junges Team. Aber wir haben bewiesen, dass auch ein junges Team Eishockey spielen kann. Gegen ein routiniertes Team wie Zagreb ist es einfach schwer zu spielen. Wir brauchten die Punkte und es war ein schöner Sieg für uns. Es war nicht unser bestes Spiel, denn sie haben mit jungen Spielern und viel Einsatz gekämpft. Christian hat im zweiten Drittel aber sehr gut gehalten. Und es ist gut, dass wir gewonnen haben, denn die zwei Punkte benötigen wir dringend.